Nimmst du mal Halbmilch? Nein, nein. Besser wär's. Hulk, beruhig dich. Es ist nur Milch. Okay, es war seine Milch. Aber das muss ihn doch nicht sofort zur Grünklo treiben. Er regt sich wegen jeder Kleinigkeit auf. Wenn ihr mich fragt, der braucht eine Frau. Ja, der Batman hat ja recht. Wenn ich eine Freundin hätte, wär ich bestimmt ausgeglichener. Aber zum Glück hab ich ja die Susanne kennengelernt. Bei hulkdarling.de. Ich denk, wir haben uns auf Anhieb super verstanden. Bitte. Danke. Prost. Prost. Bus, ich finde du bist total niedlich. Du. Du hast ein tolles Hemd an. Danke. Das ist ganz neu. Ich würd's dir jetzt am liebsten sofort vom Leib reißen. Nee. Nein. Entschuldigung, dass du dich beleidigst. Nee. 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 Tja, hätten Sie besser mal Milch getrunken. Zum Glück konnte ich ihn ja dann doch wieder beruhigen. Wahnsinn. Mein Wut ist wie weggeblasen. Es schmeckt ein bisschen wie ein Waldmeister. Susanne, du bist wunderbar. Du tust mir so gut. Du bist aber auch wirklich was ganz Besonderes. Wer ist die Schlampe? Was soll dein Sohn von dir denken? Ich dachte, wir wollten heiraten. Du Schwein. Aaaaaah! Die hohe Temperament... Die gefällt mir.